Willkommen in der Videon, wo wir es kalt sehen wollen, so kalt der Fibonacci-Teile. Und diese Fibonacci-Teile wurde introduziert auf Leonardo Frappisa, ein berühmter Mathematiker im Mittelalter. Man schrieb ein Buch, wo man künne Üträgen und verschiedene Dinge. Und das Exempel ist mit Kaninen, ein bisschen unrealistisch, aber das war die Grundlage für die Fibonacci-Teile. Und die haben Fibonacci-Teile, von denen Leonardo Frappisa war auch so kalt Fibonacci. Und das betrifft um Sönnen von Bonacci. Ein Beispiel ist folgendes. Wir werden gerne beskriegen ein paar Kaniner. Kaninbestand der Voxen. Und wie es passiert? Wir antagen, dass es den ersten måneden nur ein Kaninpaar gibt. Und die neue Kaninpaar wird produktiv. Die zweite Kaninpaar wird produktiv. Und ein schönesmoder Paar produziert ein neues Kaninpaar. Und die Kaninpaar nicht. Das ist idealisiert und unrealistisch. Das ist mein D in das Enkeltmodell. So, jetzt prösch mal, wir brühen es um. Womange. Kaninpaar. A V. Ich benutze. A5. Add it. Mornet. Okay. Okay. Kannst du, wie ich kann, pröbe mit mir eine Tabelle. So, dann lagen wir da werden wir morgen jetzt nennen. Wenn wir mal passen, kann ich das paar, was wir machen. So, vor dem wir hier 2-Bedingungen haben. So, wir werden das neue Führte Kanin-Para die Blicke produktiv mehr in Gang, die morgen war schön smootend, und es hat einen Monat. So, wir wollen kann ich das Schilder haben, schön smootend. Kanin-Para Ikke schön smootend. Paar und eigentlich setten wir total Anteil of Kanin-Para. So. Okay, jetzt können wir sehen, ob es ein Vorwärter sei. So, ihr beginnt jetzt auf den vierten Monat. Wie weht, hat ihr den vierten Monaten da wir waren für das Kanin-Para. So, diese Türen sind, wie Anteil hat, wer schön smootend ein paar Kaniner produzieren ein paar Kaniner. So, da haben wir ein paar schön smootend Kaniner, sie dann irgendething ergibt. So, da haben wir ich beginnt auf den Monaten null ich schön smootend. So, wir haben total ett Kanin-Para. Und der faktisch der, wir können sehen, ob ihr Bild ist. So, ich beginnt auf vierten Monaten. Und etwa den vierten Monaten, so, da produzieren die ett paar Kaniner. neue Kaniner. Kaniner. Ähm, und ein paar haben wir schön smootend Kaniner. So, das kann wir sehen. Was man schnell. So, ihr löpt auf den vierten Monaten blie der vierte Kanin-Para. So, war haben wir da, ihr bin jetzt auf den anderen Monaten. Ja, so, haben die schönst mutende Kaniner von den Monaten für. Und wir haben ein paar Kaniner. Wenn die nicht ist schönst mutend, die produktive Frau mit den anderen Monaten noch über. So, das betür, wir vor ein paar Kaniner till, sind nicht schönst mutend. So, total habe wir da zwei Kaniner. Okay. So, noch was ihr löp auf den anderen Monaten. Die Kaniner sind schönst mutend, die produzieren ein Kanin paar. Ja, so, da fahre wir ein paar nicht schönst mutende Kaniner. Und was sker mit die wir schon hatten? Wir haben den gamle paar schon schon smudend und ein paar die fötte im ersten morgen und die kommen till die schönst mutend. So, da haben wir nur zwei Kaniner som schönst smudend. Wofür war der wichtig? Okay, so, frisch und framst, so, da ökert Anteil kann ein paar mit ein und was sker noch im letzten tredje Monat? So, da sehen wir wieder, wir haben ein paar Kaniner so, 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 produzieren ingenting, aber nur haben wir den tredje Monat, da haben wir ein paar Kaniner so, 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 wissen wir, dass diese zwei schönst smudende die biedra, so, da haben wir zwei neue paar Kaniner und dann gamle paar schönst smudende, so, dann kommen wir till die, so, so, plus ein, da haben wir zwei plus ein, so, wir haben drei schönst smudende, wir haben zwei neue, so, total haben wir fünf. Okay, war schon noch im vierten Monat, so, wir haben drei schönst smudende paar Kaniner, so, da produzieren die drei neue und wir weht jo, die zum war schönst mund und den war drei plus die zwei zum war ikke schönst moden in system wonen die annor schönst moden so, davor wie fem so, schönst moden no und total davor wie otte Kanin paar i total und now haben ein steck deback und sehr po, was wir hier jurt so, faktisch , wie wir sehen da finns nur ein mönster i davor jurt so, wir können wir bara fortsätta mit der lage tallene till sechste mornen so langt so, bis ich sette tänkte på wo mange Kanina du verwendet äter den i bündnis auf den sechsten oder wo mange paar Kanina du verwendet in den sechsten mornen ok son du svare du skulle ha fort bist du tänke um de wie ich versteht dann ich skulle ha treten so wie skulle ha treten äh 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 den sechsten mornen so war ha schett ha so wie ist ja altid für die wir den litten verschenkel zu me äh tid noch die äh schön smudend so da wie äh äh so war war scher äh wie sehr hat ähm i den monaden äh den so das kann wir sehen jetzt wir den exempel mit den femten monaden so da hab wir die bühne auf den femten monaden da wie fünf paar auf schön smudende kanine und wo dann äh set die zusammen so der altid die zum war schön smudend plus die zum war icke schön smudend för und tillegg davor wie davor wie ein davor wie nye kanine som war icke enorm schön smudend so die kann nicht bidra in nächstes seg men der akkurat so mange zum war schön smudend im monaden för und war wie sehr so der altid sind so die Anteile auf ich schön smudende paar so altid so ist der Anteile auf schön smudende kanine paar im monaden för und bis wir lägen alle diese Dinge sammen so war vor wieder davor wie faktisk so wie vor altid Anteile auf alle kanine som wir hatte im monaden för akkurat fem kanine plus Anteile auf schön smudende kanine und die Anteile auf schön smudende kanine so die wieser sei hat dette Anteile er altid sammen som im monaden tun tillbaka so so det betyr at hvis jag vill utregna den totalen Anteile af kanine paar i begynnels av femte månen så da må jag ta den Anteile af kanine paar i måneden för som fem i dem fall och antale två månader back eller for vi totalt otte och det akkurat Anteile av kaniner vi har så det som share och det var så wo den utregnet att vi forträtten i begynnels av månader sex så jag har berügt att vi må ha den total Anteile av månader för så der otte plus Anteile av kaninen par månader to till back 7 det Anteile som 5 har det är antal av 6 månader kaninen i månader 5 som bidra till 0 kaninen och hvis jag vill sätta det i formeln betyder det så vi har f av n så det skulle vara antal av kanin par i begynnels av månader n det ligger så i månader kaninen par i begynnels n månader 4 plus antal av kaninen par månader 2 till back ok så det formen kan av en rekursiv formel var betyder inte det så for å ut regne for exempel fn more wie all red vita var antal var imunen for o var var antal imunen tushin so is er w so kann er ick ü trägne den nühe antal av kanina fibonacci itale et gott example en tillrecker som enkelt definierer rekursiv Ja, rekursiv betür ien, so den rekursive Formeln wie h, der Fakt ist akkurat den Formeln h, zum hier ist, wisst du weht, eure Rede war Anteil afghaniner war im Monen für, oder du Monen erschienen, so da kann du üträgen mit den Formeln Anteil afghaniner, die benötigst du auf den Ente Monen, für Exempel. Der Fins-Fakt ist auch so eine explizit Formel 4D. Kompliziert und trägern Mühe mehr Theorie. So, ich kann gerne jede der den Formeln via h, her, vor dem, so den Formeln ist ja so nüht, den Ente Fibonacci-Teilen, den er n over ruta fam, multipliziert mit n plus Wert iente minus n minus Wert iente. Ja, so. Und so, der hält y klar, wo dann mal kommen wir zu den Formeln. Ich will bare sie, at talle, som wie sehr in ihr har, so hätte ein güldende Schnitt. Und der wieser sei, at der ein ganz gewiktige Teil som kommen upp i den Formeln. Wie ich ganz ganz nackig i den Videoen um wahr Betydning auf den güldende Schnitt, wo dann hänger sammeln mir Fibonacci-Teil. So, ja, teilen lenke i Videoen oder inna Videoen. So, und er kann zählen von an Video wurde da vorklart. Videoen 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 Videoen